Ich weiß nicht, warum er nichts mehr weiß. Es fängt dann mit dieser Attacke an. Okay, ich dachte, das macht da so eine bestimmte Cutscene-Attacke. Also ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob das eine gute Position gerade war. Er trifft mich sehr wenig hier, ne? Ich glaube, ich habe eine super Position. Ist genau wie im Film. Na gut. Bei der Attacke sollte ich aber versuchen, so viel wie möglich in der Luft zu treffen, damit ich die Forst wieder kriege. Oder jedenfalls ein paar Forstteile überall liegen. Was doch nicht der Fall ist. So. Noch mal. Das heilt mich dann im Endeffekt wieder. So. Ich möchte stille einfach, ey. Der Luke gegen den Asphalt. Ja. Impressive. Wie hier die Wandhauer. Der trifft mich. Der trifft mich relativ wenig. Ich glaube, es lohnt sich. Ein super Attacke. Vielleicht nicht so epic aus, aber... Ach, da hat er sogar eine Lebensansage fällt mir gerade auf. Ja. Du, 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 du. Jetzt kommt er nicht mal ran. Er kommt. Dracula. Genau. Das ist der beste Endgame, ey. Ja, das ist komischerweise die beste Taktik, die wir bisher haben. Bei dem. Und es scheint zu funktionieren. Ja. Und so von da her. Jetzt reicht's aber mit den Schrottteilen, oder? Ich heil mich weiterhin, das ist okay. Oh, ich will der Forst. Er wird mal erliegt gerade. Ach, und die heilen voll, oder was? Nö, der Fall mit dem Forst. Und mit dem Forst kann ich mich heilen. Ach so. Der epic Kampf! Du hast deinen Arm gar nicht verloren. Na komm doch. Wie im Film. Hashtag wie im Film, genau. Ich pausier's schon mal, kann sein, dass ich durch bin. Sonst mach ich gleich weiter. Ciao und lass uns hören, vielleicht davon so...